Mozi Mabuse wird überrascht Let's Dance-Jurorin Mozi Mabuse feiert am 10. April 2021 ihren 40. Geburtstag, eine besondere Zahl. Und deshalb haben ihre Kolleginnen und Kollegen während der 5. Let's Dance-Liveshow am Freitagabend Glückwünsche für die Profitänzerin aufgenommen. Schlagerstar Miki Krause, Let's Dance-Moderatorin Viktoria Swarovski und einige Profitänzer stimmen sogar kleine Lieder für Mabuse an. Jurorkollege Jorge Gorsales wünscht seiner Mozi nicht nur alles Gute, sondern auch noch viele, viele Babys zum Ehrentag. Als Mozi Mabuse 2007 einen Anruf mit der Anfrage zu Let's Dance bekam, kannte sie die Show noch gar nicht. Denn ihr voller Fokus lag auf ihrer Karriere als Profitänzerin. In der zweiten Staffel stieg sie dann aber als Profitänzerin ein und tanzte mit Gildo Horn bis zur fünften Show. In der dritten Staffel tanzte sie dann an der Seite von Rolf Scheider. Seit 2011, also seit der vierten Staffel, sitzt Mozi am Rande des Tanzparketts, nämlich am Jurypult der beliebten Show. Mittlerweile war die 40-Jährige sogar schon zweimal in der britischen Version von Let's Dance. Bei Strictly kam Dancing als Jurorin dabei. Auch dort eroberte sie die Zuschauerherzen im Sturm. Let's Dance auf TV in OW streamen. Freitags ab 20.15 Uhr wird bei RTL getanzt. Parallel zur TV-Ausstrahlung läuft Let's Dance auch auf TV in OW im Livestream. Folge verpasst? Hier gibt es auch alle Shows nachträglich online auf Abruf. Das ist auch alle Shows nachträglich online auf Abruf.